hallo leute und herzlich willkommen bei let's play blue dragon beim letzten mal haben wir uns aufgemacht uns nicht umbringen zu lassen von irgendwelchen dingern haben festgestellt dass meine dlc's kaputt sind warum auch immer das der fall war das weiß ich nicht und nun kämpfen wir gegen mon des untergangs warum auch immer sie den untergang bringt ich weiß es weil sich in der zwischenzeit gemacht habe ist tatsächlich meine dlc's untergeladen dabei festgestellt ja einer der dlc's gratis waren war ultra schwerer spielmodus wenn man da heißt man hier reichen probleme zusätzlich dazu gab es dann auch gerade dazu gab es dann auch ein verließ am ende des spiels was man gerade spielen kann und damit nicht genug eben ein 6er pack an items die man sich aneignen konnte unter anderem diese drei zugehörteile die wir da eben haben aber das sind ich bin nicht sicher ob das wirklich alle dlc's sind es gibt aber das ich runtergeladen habe und zwar quasi gratis das finde ich immer gut eigentlich schon okay ja hier waren wir mal habe dann festgestellt da ist oder werde ich nicht so toll das war nicht das was ich bewachen wollte aber so geht es auch das hat sie hat keine mp mehr was ich habe mir auch mal die achievements für spieler gesehen und habe festgestellt okay ich werde die meine karaktere auf der 99 sagt haben das ist die eine sache die andere sachen dabei war da tatsächlich aber auch noch die feststellung dass ich seltene accessoires mir nicht angeeignet habe und ich habe nicht weder eine klasse also ich habe keine klassen auf level 99 aber ganz ehrlich war zubau aber ich habe auch nicht mal es vollbracht im spiel hundertmal ein gegnern in den land zu lassen also von daher ist das alles eigentlich keine überraschung mehr ich meine man muss auch das bestiarium füllen das ist auch so eine sache die es da gibt als ein achievement du hast nur ein auge also ohne dich jetzt wobben zu wollen du hast nur ein auge dann wärst du ab keine machen das heißt für mich tatsächlich will erst nach ihm angreifen weil vorher ist ziemlich witzlos eigentlich dann weil habe ich was davon kann sie irgendetwas sinnvolles machen wie es da rumsteht fun fact klug heißt das war jetzt aber nicht nötig oder klug heißt theoretisch auch einfach nur klug aber mit einem ck männer also nicht unbedingt wie die deutschen es jetzt gemacht haben klug klug sondern halt leicht anders interessanterweise der legt sich einfach fett naja gut das heißt also wären wir hier vorher lang gegangen wären wir mit einer sehr hohen wahrscheinlichkeit einfach übers knie gelegt worden müssen wir noch einigermaßen nett auszudrücken das ist dann schon ganz gut dass wir vorher ein bisschen pause gemacht haben er guckt nicht weiter so nein geh weg naja da der immer noch gelebt hat meine herrn bösartig sehr sehr bösartig neue ränge für meine leute gut dass der mich dazu gezwungen hat allerdings direkt auch wieder so ein wiederbelebungssinn zu werfen ärgert mich schon das einzige andere was mich an dem spiel hier immer ärgert ist dass das müde ich so ein bisschen langsam bewegt sag ich mal also der c4 ist tatsächlich heilung für alle aber das finde ich das auch mal geklärt gut jetzt haben wir hier warum warum heißen sie so warum existieren noch mehr von denen direkt die andere frage die ich mir direkt stellen sollte oh man ich weiß nicht wie ich das finden soll außer creepy ich weiß halt auch nicht wie gut ich hier auf der weltkarte angriffe in den unten machen kann das ist so eine andere Seite das ist halt immer so ein Waldstück Teil das ist einfach so vorhanden und man kommt da nicht rein raus ich meine die rennt jetzt weg zählt halt als angriff von hinten weil sie weg rennt? scheinbar warum habe ich es also nie geschafft 100 angriffen auf die Art und Weise zu machen? keine ahnung heute meine ehrliche meinung ich habe mich wahrscheinlich nie angestrengt und wenn es das nicht ist dann weiß ich es halt tatsächlich aber wenn ich raten müsste habe ich mich einfach nie angestrengt abgesehen davon bleibt der Punkt jedenfalls bestehen das sind neue Gegner für uns wenigstens einmal sollte ich sie gezeigt haben da sie allerdings so leicht umzuknüppeln sind und vor mir wegrennen sollte ich wahrscheinlich einfach diese zum einen da fahren wenn ich will zum anderen geben sie drei äh jetzt wollte ich sie schon berufsgruppenpunkte nennen könnte man auch machen klingt nur sehr naja sehr erwachsen sehr das Leben seine Pein alles blöde von der Antwort her ich weiß nicht wie ich das finden soll aber wir wissen ja unsere charaktere sind alle scheinbar um die 16 Jahre alt was mir kein schwein glauben würde wenn ich auf die straße gehen würde und jemanden der jetzt keine Animes kennt das ist ja nochmal so eine Sache wir wissen alle in Animes da kommt es so rüber als wären die Charaktere gerade mal 5 dabei sind sie dann schon 90 Jahre alt alles schon gegeben alles schon gegeben aber diese Vorstellung da raus zu gehen jemanden ein Bild zu zeigen so nach dem Motto hier guck mal das sind die Charaktere in irgendeinem Spiel wie alt sind die da sagt doch niemand oh 16 kann man mir nicht erzählen oder wenn es einer tatsächlich sagen würde ich würde ihn an ist klar entweder kennst du das schon aber du weißt nicht aus irgendeinem Grund das oder du kannst nicht abschätzen was die soziale sein wollen dass das geht naja richtig viele Kämpfe gegen die will ich eigentlich gar nicht machen wobei ich natürlich auch sagen muss wenn ich jetzt ein bisschen leveln würde natürlich vielleicht auch gar nicht so verkehrt für meine Pfeil ist aber egal Neufähigkeit Kampfessenz ich habe die vor allen Dingen wenn sie mir die halt ständig die Tammelchen haben weil gute Erfahrungspunkte sind es halt ne äh Kampfessenz deine Angriffskräfte wie die Name nicht ok das macht also aus der jetzigen Sicht keinen Sinn das auszurüsten aber sollte ich wechseln wäre das nochmal ganz cool ok das ist ein Kampf wo es sich ein bisschen lohnen würde ein bisschen anders zu attackieren als ich bin aber jetzt würde ich nur nach der Motto da aber du könntest eine Kompostschlache erledigen ich meine wenn die was rufen dann kommt ja auch nur ne Motto ist mir ja auch wieder egal da denke ich mir jetzt gerade nur so ich hätte jetzt nicht per Zufall die nächstbeste ausgewählt haben können nein ist aber auch egal ohja ich weiß persönlich nicht wie eh die Kämpfe findet bei mir ist halt immer dieses kleine Alarmblöckchen im Kopf nenne ich es mal äh dass die Kämpfe halt dauern und Kämpfe die dauern sind zum einen normal auf jeden Fall und ich rede glaube ich in fast jedem Video über sowas aber ich hoffe halt dass diese Kämpfe dann nicht auf Dauer zu langweilig sind weil ja das habe ich auch das habe ich dem nicht schon angesprochen es gibt ja die Schneidenzeit im Haus und ich kann diesen ich kann den Vorgang nachvollziehen die Kämpfe dauern halt nehmen Videozeit weg Problematik dabei ist natürlich wenn man sagt okay ich mache Videos die grundsätzlich keine Ahnung ne halbe Stunde lang sind oder so und ich möchte aber in dieser halben Stunde dann auch was gemacht haben dann ist klar dass man irgendwann sagt ich schneide es mal raus weil es ist ja immer nur dasselbe in meinem Fall mit 2-3 Minuten in denen ich halt nur Kompostkackschlangen vernichte weil die mir halt Joberfahrungspunkte geben dass das wiederum für den Viewer vielleicht nicht ganz interessant ist oder andere sag ich na das ist ich habe mich mal ein bisschen weiter gemacht ich hoffe das verzeiht nicht ähm das ist halt etwas was auf Dauer garantiert nicht so interessant ist kann ich auch nachvollziehen gleichermaßen gehört sowas halt trotzdem zum YouTube Video weil seien wir mal ehrlich wenn ihr das Spiel selber spielen solltet ihr werdet nicht durch die Welt laufen und auf einmal gar keinen Gegner sehen das ist ja auch so eine Sache das ist nicht plötzlich ah gar kein Gegner auf der Weltkarte seltsam beim Kombi waren immer so viele und die hat er dann rausgeschnitte oh ja aber das ist wie gesagt macht jeder anders kommt zum einen auf die Philosophie an kommt glaube ich tatsächlich aber auch drauf an was für ein Spiel wir gerade wirklich spielen in manchen Spielen würde ich es halt fast auch gerne machen hier kann ich den meisten Kämpfen aus dem Weg gehen wenn ich will mache ich es so oft habe ich halt irgendwann das Nachsehen und ich kriege halt ihn wirklich auf die Fresse was ich halt gerade jetzt hier vermeide indem ich sehe okay diese Kompost Gegner die halten nicht viel aus sind schnell zu besiegen perfekte Opfer um so ein bisschen halt die ah um ein bisschen die Jobs zu trainieren ok also haben sie 99 HP und der hat gerade um eins daneben gehauen das ist eine Tragödie ich meine ihr seht ja selber ich brauche relativ viele SP um irgendwas Neues zu lernen da ist es halt schon immer ganz schön wenn ich die halt auch irgendwann mal habe ne vor allem wenn man immer so ne die würden kämpfen ne ja kämpfen gerade wenn man sowas hat wie diesen Bär da sollte ich schon mehr oder minder meinen A-Game bringen schön vernünftig zuhauen können weil sonst kriege ich halt richtig blöde auf die Fresse oh meine will ich jetzt blöde auf die Fresse kriegen nein nicht unbedingt kriege ich blöde auf die Fresse? bestimmt nur dass ich das nicht wollte ja schon schläft ne Runde macht nix und das was hier übrig ist brauche ich hier nicht unbedingt aber ja das ist halt so ne Sache trotz allem kann ich immer noch sagen was das Spiel so wie es ist ist das ein bisschen umständlich und ein bisschen langsam finde ich jetzt in den Kämpfen selber wegen den Effekten, den Übergängen teilweise wegen dem bloßen von mir hier wenn ich angreife dass ich da darauf warten muss dass die Animation geladen hat bla 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 oder dieser komische Affe hat da jemand zufällig einen Affen im Studio gehabt oder wo kommt das her? nein das war der falsche Entwurf ist egal hier haben wir jetzt einen Jägergeist und einen Trägerbär die sollen irgendwie nicht harmonieren warte kurz was passiert wir kommen hier Jäger und versuchen den Bär zu erlegen na was wow er ist erstmal ne Runde faul während der andere gleich nochmal drauf schießen wird meine Herren und ihn sogar verlangsamt holy cow also hat schon was für sich auf jeden Fall ohja falls jemand sich jemals gefragt hat ob der Kombi das Spiel überhaupt mag und warum er sonst LPM würde sich nicht gefragt hat ja ich mag das Spiel es ist halt nur streckenweise relativ langsam abgesehen davon ist es ein super Spiel es ist auch mit diesem offensichtlichen Makel ein gutes Spiel es ist halt nur äh bis halt manchmal was passiert ist da guck ich auf die Uhr und denk mir ja gut du hast jetzt wieder so und so lange aufgenommen hast eigentlich nichts geschafft so wie jetzt gerade über die Weltkarte laufen in manchen Spielen dauert das nicht lange in dem Spiel hier schon warum ist das so? naja sieht man ja Kämpfe teilweise diese gezwungenen man könnte fast sagen äh Minibosse ich sage wirklich fast weil sagen wir mal ehrlich der Bär ist an sich kein Miniboss jetzt mit dem Jägergeist war das noch weniger ein starker Gegner aber er war halt da ich musste an ihm vorbei ich musste also kämpfen das heißt das ist halt eine Herausforderung wäre ich unterlevelt würde ich direkt an dem Bär anlaufen nehmen und meine Nase dann quetschen weil ich dagegen laufe und dann nö und so ist halt ein Kampf der relativ simpel jetzt hätte sein können wenn es nur ein Bär gewesen wäre äh durch den Zusammenhang mit den Geistern aber auch im Hintergrund die Modden wieder ein relativ langer Kampf geworden der andere Geist schießt einfach mal auf den ich glaub's ja wohl da steht man da und ist am blinken und der Geist ballert durch einen hindurch und klein umbringt ne 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 wie kommen wir denn da hin das ist ja noch ein Bär hei Karamba dass ich dann halt gerne eine Pause mache und lieber sage okay jetzt mach ich an dieser Stelle mal boah einen kleinen Cut das erklärt sich halt dadurch ne das ist dann ja hat lange genug gedauert machen wir jetzt mal eine kleine Pause damit der Kommi verschnaufen kann zwei Bären und zwei Jäger ja genau schießt ihn hinten an ist okay diese Bären auf 518 mal eben ich könnte so schreibende Schuss komm erledigen ihn komm schon dann erledigen den Windschuh aber Jiru erledigt ihn jawoll der Rest wird so irgendwo inzwischen drin erledigt ja der Wehrmacht jetzt einen auf tötet mich nicht und die Geister so oh doch währenddessen kann ich schön auf die Geister einpraschen zumindest so ein bisschen so das war der letzte Geist alle meine Leute sind nochmal vorher dran um den Bären zu erledigen wie gesagt wunderbar Straße wieder frei okay wir hatten aber auch einen neuen Gegner und zwar den uralten Käfer das ist die Frage mögt ja ich wusste es ihr mögt euch auch nicht der uralte Hirschkäfer und der uralte Käfer können sich nicht leiden also entweder das oder sie können sich leiden und ich habe gerade was gebaut am einen Säckenkönig das kann nur einen geben die Motten so ist uns egal schöne Sache warum können die jetzt alle Pulver der Stille sind das nicht dieselben Motten ne doch sind die selben Motten auf einmal können sie zigtausend andere Sachen blöde Viecher okay das war ich meine schon der erste Käfer jetzt geht der Spaß weiter hey ich bin ja ein Jackkönig nein ich au 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 da haben doch glatt die roten Käfer gegen die blau grünen Käfer gewonnen da müssen wir mal einschreiten hier jetzt wird so ein bisschen die roten können jetzt machen sie haben keinen Bock mehr ich weiß nicht was das gerade sollte mit diesen nö 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 jetzt haben sie all ihr Pulver verschossen ich weiß es nicht ja wahrscheinlich hab ich jetzt gemacht jetzt halt verteidigt nein egal funktioniert auch war nur nicht unbedingt das was ich machen wollte ursprünglich egal interessant ist das Stille aussieht als wäre sie naja verwirrt nicht still vielleicht ist das für klug dasselbe aber das ist sehr sexistisch ich weiß aber trotzdem ich weiß nicht warum so dieses Symbol dafür gewählt haben das ist sehr merkwürdig dieses kringel Ding da das sagt für mich aus sie ist verwirrt und könnte jederzeit irgendwen von uns anfallen stattdessen heißt es sie ist still ok wenn sie das sagen dann ist sie halt still magischer Zaun und Wächterschild ok gut aber die Gegner auch gezeigt das da wird der Eingang sein zu dem Ort wo wir eigentlich hin wollten aber ich sag ja bis ich hier irgendwo hinkomme das ist unglaublich wie lange ich davon verbrauche magischer Zaun ok ok ist ja ganz interessant wenn ich das halt machen würde um äh das wirklich dementsprechend zu machen selber hier deine Verteidigungskraft ist wie in deiner Wächterklasse was als solches gut ist wir haben ja gesehen er kennt schon deinen guten Wunsch da durch ok was haben wir hier oben irgendwas eine Schatztruhe und einen Jägergeist und einen uralten Hirschkäfer und einen Folterarmreif wenn ich den jetzt weiter mitnehmen würde könnte wie auch immer stopp das Spiel aber wäre das ja ganz cool aber wollen sie ja nicht ok einen Folterarmreif haben wir auch noch gekriegt mit schönen Sachen die Jägergeister hier die machen ja nichts Käfer dann kennen wir zumindest alles guck an das muss der Eingang zu den Ghulbergen sein weißt du noch den vielleicht das heißt hier vielleicht zum Beispiel an 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 sie die 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 ist Manomaro ist genial Das Sonst hat Sinn Will ich nie wieder wiederholen Ich gehe mir jetzt erstmal die Zunge abwaschen Und beim nächsten Mal können wir dann Endlich durch dieses Gebirge Eigentlich ist das ja nicht viel Ich glaube das ist auch tatsächlich wieder ein neuer Dungeon Also von daher Ihr seht schon Neuer Dungeon Gruselige Ebene Sieht so ein bisschen aus als hätte jemand Kaugummi plattgetreten Gruselige Ebene Gruselige Ebene Gruselige Ebene Gruselige Ebene Gruselige Ebene Vielen Dank.